und damit herzlich willkommen zu diesem neuen video ich weiß es hat ein bisschen länger gedauert als wir alle gedacht haben ich hätte auch gerne in den letzten wochen einfach videos gemacht aber eine kleine verletzung hatte mich leider ein bisschen zurückgeworfen und dann kann die klausurenphase dann kam eine hausarbeit aber sei es drum heute sind wir wieder da und ich habe was ganz besonderes für euch denn zum einen ist heute der erste richtig geile tag man sieht ich bin schon am zerfließen wo wir 26 27 28 grad haben und dazu wind und richtig guten wind sogar und zum zweiten habe ich was neues zum spielen dabei und zwar ich zeige es euch mal kurz elevate rs 2021 in 14 und 10 quadratmeter und ich bin sehr sehr gespannt auf den schirm ich glaube das kann richtig richtig geiler free rider werden das letzte mal das ding gefahren bin war das 2017 oder 18 modell glaube ich und ich bin jetzt einfach mal gespannt wie der schirm funktionieren wird mein plan für heute ist ein paar neue slides ausprobieren also ein dark side mit einer frontwall zum beispiel und zum anderen will ich double frontwalls in beide richtungen eigentlich mit dem one footer hinkriegen das habe ich bis heute noch nicht geschafft ich habe es die letzten sessions ein zweimal ausprobiert das probieren wir einfach mal aus und ich wünsche euch ganz ganz viel spaß mit dem video ist oh ja 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.